Sind Kunden künftig schutzlos, wenn sie eine Tagesreise unter 500 Euro buchen und es zu einer Reisepanne kommt? Das lässt sich mit einem klaren Nein beantworten. Die Regelung über die Tagesreisen sieht vor, dass Tagesreisen unter dieser magischen Grenze von 500 Euro zwar nicht zwingend als Pauschalreise gelten und damit dem Pauschalreiserecht unterstellt werden. Das heißt aber nun nicht, dass solche Tagesreisen unter 500 Euro im rechtsfreien Raum abgehalten werden, sodass natürlich die Kunden einen Vertragspartner haben und es auch vertragliche Regelungen gibt, etwa bei Mängeln, also auch eine Gewährleistung. Es ist also falsch anzunehmen, dass bei Tagesreisen die Kunden, das werden vor allen Dingen vielleicht ältere Kunden sein, rechtsschutzlos gestellt werden. Die einzige Aussage ist des Gesetzgebers, nicht zwingend gilt hier Pauschalreiserecht. Es gilt aber das Zivilrecht allgemein und dementsprechend, Antwort nochmal, klar, man hat Rechtsschutz auch bei Tagesreisen unter 500 Euro. Das neue Reiserecht kommt. Der DAV macht Sie fit für die Praxis.